Hallo und herzlich willkommen zur Abonnenten-Base-Review Nummer 10. Die Bewerbungen, wie immer, rege und das heißt, ich hatte wirklich eine freie Auswahl nach Spielern zu suchen, die ich reviewe. Ich habe das Ganze wirklich wieder wie jedes Mal, ganz zufällig gemacht, Facebook, YouTube, wo auch immer. Wo ihr es nicht machen müsst, ist Instagram, das heißt, da kommen ab und zu Kommentare unter meine Bilder, die ignoriere ich. Also Instagram zählt nicht zum Bewerben. Los geht's mit dem Leon Master aus dem Clan, die Chiller TM. Schauen wir mal direkt, was seine Base so zu bieten hat. Die Chiller TM. Wollte ich sagen, probieren wir es zu dem obersten und er heißt Leon Master. Dann hoffen wir mal, dass wir hier, da haben wir ihn. Level 40, das heißt noch eher anfänglich, 1069 Pokale. Rathaus tippe ich mal 6 oder 7. Haben wir Rathaus Level 7 und generell die Base, ja. Also finde ich auch immer schön, wirklich zwischendrin was, sage ich mal so was, jemanden noch zu haben, der recht am Anfang ist. Er hatte seine Ressourcen hier in der Mitte, hat auch seine Minenwerfer Level 3 hier, seine zwei Goldlager und seine zwei Elixierlager. Rathaus hatte hier so, ja, teilweise zum Farmen, weil das macht meiner Meinung nach hier wirklich wenig Sinn. Das würde ich entweder ganz rausstellen und dann wirklich klassisch farmen und die Mauern irgendwie andersweitig benutzen, zum Beispiel hier um die Kanone noch mit einzupacken oder dergleichen. Ansonsten vom Grundprinzip ist ganz nett aufgebaut, das heißt die starken Einheiten zum Verteidigen, wie die Minenwerfer eben in der Mitte. Magier, zum hast du hier zwei Außen. Also das mit dem Rathaus macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Das würde ich wirklich entweder ganz rausstellen und dann die Mauern andersweitig benutzen und halt klassisch farmen. Oder du sagst wirklich, du packst es mit in die Mitte rein und schaust auch, dass du auf Pokale gehst. Ansonsten von den Verteidigungseinheiten, Kanonen hast du hier alle auf Level 5. Was ich schon mal sehr gut finde, ist hier der lila Kreis, der gerade entstehen ist, was die Mauern angeht, den würde ich voll machen. Und würde dann natürlich schauen, dass ich hier die Mauern Level 4 auch auf Level 5 bringe. Und generell, bevor du von Level 7 auch auf-upgradest, da warst du aus Level 8 so rum, wirklich noch richtig, richtig fleißig weiter upgraden. Deine ganzen Verteidigungseinheiten hinken da wirklich noch sehr stark hinterher. Ja, die Mauern wirklich alle lila machen, von Truppen her, ja, alle auf Level 3. Also da muss man wirklich sagen, kam meiner Meinung nach das Rathaus-Update auch ein bisschen früh. Ich würde da wirklich noch schauen, dass ich meine Verteidigungseinheiten jetzt deutlich upgrade, gerade hier im Bogenturm Level 5 und Level 6. Also da ist noch viel Potenzial nach oben. Ansonsten Base-Design, ja, ist ganz nett. Aber wie gesagt, das ist so ein halbes Ding zwischen klassischem Farmen und doch irgendwie auf Pokale gehen wollen. Was meiner Meinung nach so wirklich wenig Sinn macht. Also schau wirklich, dass du das Rathaus ganz weg machst, nach außen oder ganz in die Mitte. Und wirklich ganz starker Fokus auf die Verteidigungseinheiten legen. Zum Beispiel, was ich ganz klar tauschen würde, wäre hier eine Goldminie gegen die Kanonen. Dass die Verteidigungsanlagen alle in der Mitte sind. Ansonsten, ja, also ist optimierbar, würde ich mal sagen. Ähm, als nächstes kommen wir zum Clan Powerwolf oder Wurf, aber da es mit Wolf geschrieben wird. Ja, Powerwolf. Power, Powerwolf, so, genau. Und da haben wir den Nutzer, das Knäckebrot. Er ist hier Clanführer, das hat er geschrieben, genau. Ähm, Level 79, 1515 Pokale. Schauen wir direkt mal uns das Knäckebrot an, ob seine Base denn auch knackig ist. Ähm, schaut auf den Ostenblick auf alle Fälle schon mal nicht so schlecht aus. Rathaus Level 9. In Anbetracht dessen, muss ich sagen, kam das Update auf das Rathaus zu früh. Kanonen haben wir hier noch auf Level 9 alle. Bogenschützen-Turm Level 8. Ähm, hat es hier in der Mitte zwar schon die zwei Expos und auch der Großteil der Mauerlila. Hier Magierturm erst auf Level 4. Also du kennst da ja meine Devise. Ich sag wirklich immer ganz klar, Ost, ähm, die Verteidigung komplett ausmaxen, bevor man dann das Rathaus upgradet. Würde auch die Clamburg deutlich mehr in die Mitte setzen, da die gerade beim Farmen meiner Meinung nach sehr, sehr viel Sinn macht. Angriffstaktik scheinen ausschließlich Bogen zu sein. Muss nicht unbedingt schlecht sein. Ähm, hier unten laufen jetzt gerade Upgrades bei dunklen Kasernen und bei einer normalen Kaserne. Aber da würde ich jetzt wirklich lieber schauen, dass ich schön Gold spare und nach und nach meine Kanonen auf Level 10 bringe. Dann natürlich auf 11 meine Bogenschützentürme auf 10. Ähm, Minenwerfer auf 6 ist soweit erstmal okay. Die auf 7 sind ja doch recht teuer. Also meine Luftabwehr weiter ausmaxen. Meine Magiertürme, die sind wirklich ganz, ganz wichtig. Gerade, wenn man es hier, sag ich mal, bei Rathausstelle wird 9 ist. Ansonsten, klar, du farmst gerade. Und ich würde wirklich schauen, zum einen meine Mauern, dass ich die alle lila mache. Und dass ich dann auch ganz klar den Fokus, sag ich mal, auf meine Verteidigseinheiten, Kanonen, Luftabwehr, Magiertürme und Bogenschützentürme lege. Base-Anon für sich finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, was ich erstmal erinnern würde, wäre die Clanburg eher mehr in die Mitte zu setzen, wobei das natürlich auch eine Geschmackssache ist. Hier unten ist es jetzt offen. Ähm, die Kanone, ja, ich denke, das kann man verkraften an der einen Stelle. Ansonsten, was ganz gut ist, denke ich, du hast viele unterteilte Bereiche, sodass sich da Gegner recht schwer tun. Das heißt, die müssen oft dann Mauern durchdringen. Ist also alles um allen, finde ich, kein schlechtes Design. Aber meiner Meinung nach kam einfach das Update bei dir wirklich zu früh auf Rathaus Level 9. Das heißt, da kann es gut sein, dass du dir das schwer tust. Ähm, sehe ich auch im Labor aktuell was upgraden. Was das ist, das sehe ich leider nicht. Ähm, aber sollte das irgendwas in die Richtung Bogen sein oder so, dann wäre das schon mal recht ordentlich. Weil da sind wir bei 7,5 Millionen Riesen, 6 Millionen. Barbaren, 4,5 Millionen. Also da bin ich gespannt, äh, was du da gerade upgradest. Ansonsten, ja, Design an und für sich finde ich wirklich nicht schlecht. Bisschen optimierbar, aber jetzt wirklich ganz, ganz klar deinen Fokus, ähm, auf die Verteilungseinheiten legen und mit Rathaus Level 10 deutlich länger warten, als du es jetzt mit Rathaus Level 9 gemacht hast. Dann kommen wir jetzt zu Nummer 3 im Bunde. Ähm, der Clan heißt Brennerchen 2.0, so, so. Mal schauen, was der Clan so zu bieten hat. Schauen wir uns mal an, haben wir hier oben. Ähm, und der Nutzer heißt Baum. Der Baum, dann schauen wir mal, wo der sich versteckt, beziehungsweise ob er dann überhaupt noch da ist. Jetzt hat er sich beworben und wäre am Ende nicht mehr da. Das wäre natürlich, sag ich mal, echt mager. Doch, da haben wir ihn. Baum, Level 32 mit 1100 Pokalen. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, haben wir auch Rathaus Level 6 in diesem Fall und wirklich noch, ja, so sieht das mal aus, wenn man mit Clash of Clans anfängt und auch Baumwirt wahrscheinlich schon mehrere Wochen oder Monate in das Spiel investiert haben. Das heißt, jeder hat mal einen kleinen angefangen und freut mich eigentlich auch, dass es in dem Video mal zwei anfänglichere Bases waren. Rathaus Level 6 außen, also er ist auch am Farmen, hat es hier in der Mitte in den goldenen Kreis, wo er Elixier drin hat. Außenrum alles immerhin schon schwarze Mauern, wo dann sich die zwei Goldlager verstecken. Ansonsten angreifen wir aktuell nur mit Bogen, was auch in keinster Weise schädlich ist. Haben wir jetzt hier die Minewerfer Level 3. Ich finde den Aufbau eigentlich gar nicht so schlecht. Das heißt, auch hier schon Bogentum Level 6, der ist jetzt auf Level 5. Da einfach wirklich fleißig deine Verteidigseinheiten weiter upgraden. Klamourg in der Mitte finde ich wirklich recht praktisch. Bin ich mittlerweile auch wieder ein Fan von geworden, da die einfach beim Verteidigen richtig viel bringt. Wenn da die eigenen Truppen rauskommen. Ansonsten, du hast das Ganze hier in so vier Bereiche unterteilt. Jeweils hier Bogen und Magierturm. Da drei Verteidigseinheiten. Da wieder Kanone und Magierturm. Und hier Bogen, Kanone und Minenwerfer. In der Mitte deine Luftabwehr. Also ich finde die Base wirklich an und für sich gar nicht schlecht. Hier draußen upgradest du gerade deine Zauberspruchfabrik auf Level 2. Würde jetzt einfach auch ganz klar schauen, dass ich meine Verteidigseinheiten und auch wirklich Goldminen, wo du ja hier schon dabei bist und Elixiersammler weiter abzudaten. Da die meiner Meinung nach doch viel bringen. Ich sehe es zwar immer wieder, dass es viele Topspieler gibt, die wirklich auf die Eigenproduktion, sage ich mal, wenig Wert legen. Die dann einfach viel Zeit zum Angreifen haben und sich darüber die Ressourcen holen. Gerade aber für Leute wie mich, die es nicht am Tag 20 Mal angreifen können, um sich so das Goldenexier zu holen, sind meiner Meinung nach Elixier und Goldsammler oder Goldminen in einer hohen Stufe wirklich sehr empfehlenswert, sodass da einfach auch was produziert wird, sage ich mal, wenn man selber nicht aktiv spielt, wenn man also offline ist und wenn ich dann mal nach so einem halben Tag aberrnte, sind teilweise in den Sammlern so 30.000 bis 50.000 Goldenexier und wenn man das ganz normal multipliziert mit den 6, die man hat, kommt am Ende doch auch schon eine ganz nette Anzahl zusammen. Aber ansonsten würde ich sagen, bist du wirklich auf einem guten Weg. Schau einfach, dass du weiter fleißig alles upgradest und ganz wichtig immer das Rathaus als letztes und dann sollte das da auch, sage ich mal, in Zukunft bei dir ganz erfolgreich laufen und du könntest Brennerchen 2.0 mit in die Top Clans bringen. Jo, das die heutigen 3 Bases, wirklich hat mich gefreut, dass zufälligerweise, also ich schaue es mir ja vorher nie an, auch mal in Anführungszeichen schlechtere Bases oder halt einfach noch Bases von Spielern der Bayern, die noch nicht so lange spielen, gehört einfach auch dazu und fand ich heute wirklich mal eine ganz nette Abwechslung. Für das nächste Base Review einfach wieder fleißig bewerben unter dem Video oder auf Facebook. Ich schaue mir dann wieder die Kommentare an, such drei Bases raus und werde sie dann wieder abchecken. Würde mich wie immer über einen Daumen hoch und euer Abo freuen. Gerne auch, wie auf Facebook schon erwähnt, Brennerchen COC, sei es um up to date zu bleiben oder sich für das nächste Review zu bewerben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.